Jo moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Die Serie A Saison geht los 20, 22, 20, 23 und das sind die Bonus-Predictions. Los geht's, los geht's. Welche Mannschaften belegen die Plätze 18 bis 20? 18. wird FC Turin, 19. wird FC Bologna und 20. wird der Aufsteiger und jetzt wieder Absteiger US Lecce. Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? AC Mailand mit Olivier Giroud. Herzlichen Glückwunsch. Und wer wird Italiener Schaumeister der Saison 20, 22, 20, 23? Es ist der AC Mailand. Herzlichen Glückwunsch. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst den Däumchen auch runter, vergesst kein Abo, dann nehmt die Glocke, die ich nicht vergessen soll aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigung auf diesem Channel und bis dann, gut gekickt. Ciao. Ciao.